Drei Schläge kann man so ne Wand kaputt boxen Treffi low Nee, der ist knocked, den hab ich gerade runtergeballert Der ist raschen golden Nee, der ist white Jo, einer klettert hoch, Pony, ganz oben drauf Und jetzt ist natürlich deine Q weg Kommst du runter, kommst du runter Richtung Ich gucke hinten angelasert Jumpett, kommt hoch Fliegt Der hebt, der hebt, der hebt Der ausländisch liegt dich schon wieder Inside, inside Nice, Maschine Die werden nochmal gepusht, wir sind nochmal so hoch Scannen, 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 scannen Na Die sind drüben, die können wir pushen eigentlich Jo, müssen wir pushen Direkt vor uns, Sand Liegt Ganz oben drauf Und hier drin ist auch nochmal das Team Unten, draußen, draußen, draußen Die Slope Hast du die Valkyrie eigentlich? Die Valkyrie ist ja gut Die ist weg Team ist raus Da oben drauf, ne? Hier Der ist runter, der ist im Sand Der läuft hier vorne irgendwo Ist immer auf dem Dach Ja Alright Die Bang wird mich pushen wollen, schätze ich Ne, 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 ne Die hat Sip, Sip schon Alles klar, alles klar Die Bang ist gut Noch ein Team, glaube ich So, wir machen auch, äh Machen, machen Korsak Machen, machen Korsak Das links, drüben Hier unten, bei mir drin, ne? Da ist gar nichts weg, ne? Korsak, Sheetfrog, ult Aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach Oh mein Gott, da ist noch einer Yo, yo, yo Jetzt jetzt den Korsak Bei meiner Box Ne, komm Stark, stark, stark Noch mehr Steps Ich brauche unbedingt Light Moon Ein Horizon war da drinnen auch noch gelockt Ich weiß nicht, ob es, äh, links war Wir haben auf jeden Fall noch Steps für uns Die Nummer bitte retten Mhm barrack Ja, ich schauke Ja, ich schauke Ich schauke Dach Die Dach hoche die Dach verabschied die Dach die Dach vielleicht ist sie nicht ganz clean die gute dame die wird von hinten engaged wir nutzen erstmal die zeit zum looten. Paulny du hattest ne Volt ne? ne ich hab ne 99. ok dann brauche ich unbedingt energy ammo warte 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 ich wechsle auf die Flady ich glaube durch den Tunnel ja 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 rechts von mir im Tunnel ja bei uns sind auch noch Steps ok 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 dann kommen wir nach da raus bitte das habe ich gebraucht dankeschön aber ich hab auch immer noch ein 0 äh Steps bei mir äh Market Market ok ja obendrum Craver ja ob hier sind noch mal zwei Thanks one nice rechtsgeschrieben noch mehr? ja bei uns muss glaube ich ne Werk irgendwo in der Nähe sein irgendwas hab ich gehört ich weiß nicht nur das von hinten sondern hier links war eigentlich los pass auf bitte achso ist das ne Valk? was ist das? ne das ist auch kein oder Valk ja alright ja hab ich's denn doch richtig gehört ich glaube hab ich's denn doch richtig gehört gehört? das war nicht meine Ult gewesen oh ist der dreckige mit der Hemlock eigentlich das ist ein Solo der ist abgehauen da drüben läuft er und ist ins nächste Team reingewatschelt ja sind die letzten Teams dürfen wir jetzt nicht verkacken ne die disengagen Richtung Bunker stehen auf der Mauer eine hat ne TT eine hat ne TT schön aufpassen ja der mit der TT hat noch technisch Leben alright ich circle ein bisschen left side rum wiederhöhnen ja weiterhöhnen weiterhöhnen ja noch meiner noch nein noch für die hat die Klauze gg's moin roddy einen wunderschönen 21 gesamtkits so gern ist gemacht peter lustig danke für den fall ich hab gar nicht gemacht gar nicht warum warum ich habe im nix getan Untertitelung. BR 2018